Heute zeige ich euch mal mein Mixed Media Junk Journal, was aus einem Akkordeon Junk Journal erstellt wurde, beziehungsweise aus einer Akkordeon Faltung, wo man so zick zack ein Karton faltet, der dann eben die Höhe hat von dem, was man da reinpacken möchte ungefähr und in die Täler, wenn man sich das zick zack so vorstellt, kann man jeweils dann die Signaturen packen. Ja, das sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Signaturen und dann habe ich das Ganze mit so einem Stück Stoff festgenäht und dann geht das sozusagen nicht auf, weil hier ist immer so ein bisschen Druck drauf. Ich habe es auch schief gemacht, wie man sieht, aber das stört mich erstmal nicht. Ja, mein Cover, mein Verschluss, die Rückseite ist etwas kürzer von der Pappe her, aber auch das stört mich nicht. Ich habe hier so einen Schlitz reingemacht, einen Schlitz hier vorne und dann das Ganze mit so einem Geschenkband zugemacht. Ja und da drin in meinem Junk Journal Mixed Media Art Journal habe ich auch viele von diesen selbst gemalten, ausgeschnittenen, Fassi Cutting ausgeschnittenen kleinen Pflanzenteilen. Ja, hier geht es schon los. Gestempelt, eine alte Weihnachtsgarte dafür benutzt, Kaffee. Ich habe noch nicht jede Seite gestaltet, aber ein wenig habe ich schon mal angefangen. Ein Tag, selbst gebastelt, ein anderes Tag mit Datum, eine Blume aus einer Massenproduktion. Ich glaube, das war mal nach einem Video von Frau Bollenhut Art. Ja, man kann auch die Seiten einfach einnähen. Also ich habe das mit der Nähmaschine gemacht, das geht gut. Dann braucht man das nicht mit der Nadel und Faden machen. Und ich habe hier sehr viel wirkliches Junkpapier verwendet, altes Verpackungsmaterial bestempelt, mit Acrylfarbe bemalt, kleine Paper Dolls aufgeklebt, hier von dem Holz. Und hier wieder diese tollen, die man zurzeit überall sieht, die kleinen Pflanzenteile selbst gemacht, mit Aquarellfarbe, glaube ich. Ein bisschen gedudelt, auf Kaffeepapier und mit ein bisschen Noppenfolie und grüner Erde Farbe, Acrylfarbe. Da drauf gestempelt, auf etwas Gesso-Untergrund. Hier noch ein bisschen Kaffee. Hier habe ich ein altes Bild eingebunden, was ich mal gemalt habe und das noch ein wenig verziert. Da bin ich jetzt noch nicht so weit. Die Rückseite. Und hier ein ganz toller Stift, muss ich sagen, habe ich hier wieder gefunden in meinem Schrank. Und zwar ein schwarzer Kreidemarker, der wirklich unglaublich tolle, fette Striche macht und so richtig gut zu sehen ist. Schneider Max 260 Dekomarker. Und zwar ist das mit Flüssigkreide in schwarz. Das kann man auch von abfischbaren Oberflächen dann auch wieder entfernen. Also für so Kaffeemalerei oder sowas ist das auch gut geeignet. trocknet auch relativ schnell und sieht dann recht kreidemäßig aus, so dass man auch hier dann theoretisch einfach drauf malen kann. Wie auf so eine Tafel. Mit so einem kreideähnlichen Stift kann man dann auch ganz gut da drauf malen. Jetzt muss es etwas trocknen noch. Ich lege mal etwas da drunter. Hier ist noch gar nichts, aber sehr dünnes Papier und deswegen kommt das so ein bisschen da durch. Eine Blume. Das Muster habe ich von unserem Duschvorhang abgenommen. Ich glaube es war mal von Ikea. Eine kleine Tasche mit einem kleinen Blümchen als Innenleben. Und einen kleinen Wenzel. Hier im Hintergrund Übungspapiere vom Handlettering. Auch gut zu verwenden. Ein Ausschnitt aus einem Bild, was ich gemalt habe. Hier nochmal das Handlettering. Übungspapier. Eine kleine Reiseseite würde ich fast sagen. Jedenfalls denke ich daran, wenn ich diesen Luftballon sehe, einen Wagen und den Spruch What will we find? Erinnert mich das daran, dass ich mal wieder verreisen müsste. Zum Beispiel nach Japan. Keine Ahnung, aber da würde ich gerne mal hin. Hier noch ein altes Aquarellpapier. Bestempelt, beklebt mit Stoffresten. Auf der Rückseite habe ich noch Platz, um etwas hinzumalen. Diese Luftballons gefahren mir ganz gut. Es ist auch einfach ausgeschnittene Aquarellfarbe, die auch sogar ein bisschen glitzert. Ich glaube, das war sogar die ganz billige Aquarellfarbe von Action. Und da gab es so eine Glitzervariante, also so eine Flasche mit extra Glitzer. Das konnte man mischen. Und die Aquarellfarbe ist jetzt, glaube ich, schon seit fünf Monaten in irgendeiner kleinen Schüssel gewesen. Und man konnte sie immer noch weiter verwenden. Unglaublich farbintensiv. Und ja, macht Spaß. Hier sieht man nochmal, wie das genäht ist. Ein bisschen Kreidemarker. Hier nochmal die alten Aquarellblobs von so einem Streifen, wo ich mal was ausprobiert habe. Stempelticket, Posca-Pen, eine kleine Aquarellblume, ein Paperdoll und das Ganze auf irgendeiner alten Tüte. Genau, wo meine Rose eingepackt war. Hier kann man noch viel gestalten. Hier haben wir einen Stempel, ich glaube, von Susanne Rose. Und dieser Stempel vermutlich auch. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ein paar japanische Comics. Und nochmal eine Seite mit ein paar lustigen alten Damen mit Kapotthüten. Ja, etwas über die römische Mauer steht auch drin. Und das ist es, glaube ich, genau. Hier nochmal die Comics-Seite. Und hier der Rest meiner Weihnachtskarte. Und ein Muster meiner Nähmaschine, was ich bisher noch nicht ausprobiert hatte. Die Fäden habe ich immer etwas hängen gelassen hier. Ja, das kann man schön finden oder auch nicht. Mir gefällt es. Hier noch ein kleiner Sticker von eins meiner Bilder, was ich mal gemacht habe. Das war mein kleines Mixed-Media-Junk-Journal. Und man kann nur sagen, das macht total Spaß. Man kann einfach innerhalb von 10 Minuten da irgendwas reinmachen und das dann wieder beiseite legen. Und immer mal wieder hervorziehen und irgendwas da dran machen. Versucht es doch auch einmal. Viel Spaß dabei! Das war es gar nicht. Vielen Dank.